Hallo, ich grüße Sie. Im Video Nicht anreichern, sondern integrieren hatten wir auf der Basis des Drei-Stufen-Modells für ein neues Lehr-Lern-Format plädiert, das die digitalen Elemente und Szenarien zu unverzichtbaren Komponenten des Lehrens und Lernens macht. Oder lassen Sie es mich plastischer ausdrücken, die Inhaltsvermittlung erfolgt in weiten Teilen, wenn nicht komplett digital und selbstgesteuert, die anschließende Inhaltsvertiefung in einem moderierten gemeinsamen Prozess. Ein derartiges Modell, das die Phasen des Lehrens und Lernens verschiebt, funktioniert allerdings nicht als ein einfacher Classroom-Flip, sondern es erzwingt geradezu einen Zwischenschritt, der ermittelt, ob die Lernenden den Inhalt vor Beginn der gemeinsamen Phase der Inhaltsvertiefung auch durchdrungen haben. Wir nennen dieses Modell das Inverted Classroom Mastery Model. Der Zwischenschritt ist dabei der elektronische Mastery-Test, mit dem die Studierenden dem Lernbegleiter vor der Inhaltsvertiefung signalisieren, ich habe den Inhalt gemeistert. Und noch etwas, auch wenn der Mastery-Level in unseren Kurs mittlerweile bei fast 80 Prozent liegt, das heißt 80 Prozent der Studierenden haben den jeweiligen Mastery-Test vor der Präsenzphase erfolgreich bestanden und das im Durchschnitt, trotzdem stellen wir per Live-Voting in unseren Präsenzphasen weitere Fragen zu den Inhalten, die uns den Wissensstand unserer Studierenden nochmals dokumentieren. Dieses Inverted Classroom Mastery Model mit seinen Mastery-Zusätzen bildet heute die Grundlage unserer curricular verankerten Lehr- und Lernangebote. Doch warum sollten wir ein solches Modell verwenden? Welche Vorteile bietet der Inverted Classroom? Hier sind die wichtigsten Argumente. Durch die Auslagerung der Inhaltsvermittlung aus dem Hörsaal schaffen wir neue Freiräume und können besser als je zuvor individuell auf unsere Studierenden eingehen. Zusätzlich können wir ihnen eine deutlich höhere Flexibilität bei der Durchführung ihres Studiums gewähren und ihnen neue Kursformate anbieten. Und dass die inhaltliche Tiefe durch die Stufe der Integration digitaler Elemente in die Inhaltsvermittlung garantiert werden kann, das hatte ich an anderer Stelle schon besprochen. Das Internet kennt ja weder Feiertage noch Krankheit. Es gibt also keinen Ausfall der Inhaltsvermittlungsphase. Zusammenfassend können wir die klassischen Lernbedingungen erheblich verbessern. Statt einem Lerntempo, einem Lernort und vereinheitlichten Materialien können wir nun auf jeden Lerner besser und vertieft eingehen als je zuvor und für jeden spezielle Bedingungen schaffen. Und eines sollte nicht vergessen werden. Die Präsenzphase. Durch den Wegfall der Notwendigkeit, Inhalte im Hörsaal vermitteln zu müssen, gewinnen wir als Lehrpersonen enorme Freiräume. Im hochgradig interaktiven Präsenzgeschehen können wir uns nun um einzelne Lerner kümmern. Wir können durch gezielte Aufgaben fachspezifische und allgemeine Kompetenzen schulen. Es gibt neue Möglichkeiten der Kollaboration und, wie wir jüngst nachweisen konnten, die Präsenzphase bekommt dadurch ein völlig neues Gewicht. Allerdings ändert sich die klassische Lehre dadurch dramatisch. Es findet ein Paradigmenwechsel statt, den die amerikanische Pädagogin Alison King bereits 1993 prophezeit hat. From Sage on the Stage to Guide on the Side. Vom Weisen auf der Bühne zum Begleiter an der Seite. Das ist das mittlerweile weithin bekannte Zitat von ihr. Und genau das ist meine neue Rolle. Und ich nenne mich nun nicht mehr Lehrer, sondern Lernbegleiter. Und ich habe eine Beratungsfunktion übernommen. Ich doziere nicht mehr. Und auch den Hörsaal gibt es so nicht mehr, denn es wird nichts mehr oder nur noch wenig gehört. Der Hörsaal wird zum Lernort oder Lernforum mit neuen Möglichkeiten der Kooperation unter Einbeziehung, ganz wichtig, aller technischen Möglichkeiten der Interaktion und der Recherche. Und die klassische Lehre? Auch die gibt es nicht mehr. Das Lernen besteht aus zwei Phasen. Der selbstgesteuerten Inhaltserschließung und der moderierten Inhaltsvertiefung, wobei in vollständig virtualisierten Angeboten die Moderation auch digital erfolgen kann. Es hat sich also einiges verändert. Doch es funktioniert. In meiner Lehrveranstaltung Varieties of English vom Sommersemester 2016 hatte ich 30 Teilnehmer. Die Präsenzbeteiligung lag bei 86 Prozent. Ein Wahnsinnswert bedenkt man, dass die Präsenzteilnahme freiwillig erfolgt. Der Mastery-Level, also die Vorbereitung vor der Präsenzphase lag bei guten 76 Prozent. Das heißt, fast immer waren die Studierenden gut vorbereitet. Dieser hohe Vorbereitungsgrad wurde auch durch die vielen richtigen Antworten auf die Fragen im Live-Voting bestätigt. Tja, und die Meinung zum Kurs? In dessen Präsenzphasen wir Kompetenzen wie die phonetische Transkription, Hörverstehen oder auch Internetrecherche eingeübt oder vertieft haben? Dazu Hörsaalsspiele wie Tabu oder Who or What Am I veranstaltet und gemeinsame Google Docs erstellt haben? Die Meinung der Studierenden war höchst erfreulich. Sie haben diese neue Lehre extrem positiv bewertet, wie man hier sieht. Aus meiner Sicht kann ich daher Schlussfolgern. Der Paradigmenwechsel ist vollzogen. Die Digitalisierung der Lehre ist erfolgt. Doch Ausruhen ist nicht angesagt. Es gibt immer neues Verbesserungspotenzial, wie dieser studentische Kommentar zeigt. Wir werden also weiter an immer neuen Konzepten arbeiten und darüber werde ich Sie weiter auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.